Er hat ein Ossi-Image, ziemlich viele Nullen und soll sich nicht Steuer nennen. Der Solidaritätszuschlag. Rund 17,5 Milliarden bringt diese Ergänzungsabgabe 2017 ein. Das sind etwa 2,4 Prozent aller Steuereinnahmen. Viele Deutsche glauben, das Geld fließe komplett in den Aufbau Ost. Stimmt nicht. Das Geld fließt in den Bundeshaushalt und ist nicht zweckgebunden. Heißt, es kann da ausgegeben werden, wo gerade ein Loch gestopft werden muss. Sei es für marode Straßen, Renten oder zur Flüchtlingshilfe. Übrigens, der Soli war ursprünglich überhaupt nicht für den Aufbau Ost bestimmt. Die Regierung Kohl führte ihn 1991 zur Finanzierung des Irakkrieges ein. Und sie schaffte ihn auch wieder ab, bevor er 1995 wieder zurückkam. Diesmal wirklich für die Kosten der Einheit. Inzwischen zahlen wir fast alle 5,5 Prozent der Einkommens-, Kapitalertrags- und Körperschaftssteuer, als Abgabe auf die Steuern obendrauf. Wessis, Ossis und auch Ausländer. Nur Geringverdiener zahlen nichts. Die Abschaffung des Soli wird immer wieder diskutiert. Doch das würde direkt ein 17,5 Milliarden Loch ins Staatsbudget reißen. 2019 allerdings könnte tatsächlich Schluss sein. Dann läuft auch der Solidarpakt 2 aus, die Vereinbarung für den Aufbau Ost. Und ohne Solidarpakt lässt sich auch der Soli in seiner jetzigen Form nur schwer begründen.